Ja, natürlich eher, weil ich wache ja davon auf, also von meinem Schnarchen fache ich ja nicht auf. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so gut drei Euro in Oropax investiert. Die beste Investition meines Lebens. Also du bist der Einzige, der sich beschwert. Meine Frau sagt nichts. Das können wir so nicht beantworten, weil wir ungefähr drei Stunden unterschiedlicher Zeit aufstehen. Deswegen sehen wir uns morgen so gut wie gar nicht. Das ist für uns auch kein Problem, weil ich gehe ins Bett, der geht erst zwei Stunden später ins Bad. Familienvater und Single. Und Single, ja. Das ist halt unterschiedlich. Wahrscheinlich definitiv er. Ich habe ihn noch nie singen hören, aber... Ich glaube auch ich. Wie meinst du das? Ja, selbstbewusst. Auf jeden Fall er. Ich? Ja, ich... Also ich habe keine... Ich? Du hast auf jeden Fall schon mal eine Creme, oder? Ja, doch. Ja, das ist eine Handcreme. Ich habe immer trockene Hände. Ja, das brauche ich nicht. Der Älteste und attackiert immer mit deinem Rechter als Erster das Buffet. Das ist gelogen. Weiß ich nicht. Jetzt traut er sich nicht. Ja, ich natürlich. Ja. Boah, das ist natürlich nicht viel. Doch. Was? Also... Also als Familientisch... Ja, ich... Es gibt schon ein paar Stunden Telefonate, aber... wenn er seine Mutter anruft, dann verstehe ich nichts. Das ist ja... Unfair. Musik wechseln. Das ist ja... Also wenn ich check, dann hart. Aber richtig hart. Ja, eher natürlich. Also egal wie... Ja... Wir spielen nicht. Wir spielen eigentlich nicht. Ich. Das ist temperamentvoll. Ich. Ich würde auch sagen ich. Sensible Typen. Ich. Da wäre die Frage geklärt. Wie ist das mit Liegestütz? Also ich bin bei... Wieso? Null. Ich auch. Keine. Wir zahlen nicht. Wir halten uns immer an die Regeln. Das ist schwer. Wir sind so brav. Wir zahlen nicht. Wir sind brav. Wir machen keinen Bratsch. Wahrscheinlich eher. Anständige Menschen. Ja, ich denke eher. Nee, ich nicht. Kein Respekt dafür. Ja, ich natürlich. Das muss der Filmgeschmack wahrscheinlich genauso. Eine bayerische Serie, die er geguckt hat letztendlich. Kann man nicht schauen. Nur weil du das verstehst. Verstehe ich nicht, ne? Ja. Das ist nicht meins. Ja.